Universalien sind kulturübergreifende Verhaltensweisen, Gesetze und Verbote, die sich nicht ausschließlich biologisch begründen lassen. So finden sich beispielsweise in allen Kulturen Gastfreundschaft, Vetternwirtschaft und Inzestverbote, auch wenn die Konzepte zum Teil unterschiedlich interpretiert werden. Die Mimik ist weltweit ebenfalls fast identisch. Die Forschung kennt heute je nach Definition 100 bis 200 solcher Universalien.